Ihr habt das Gefühl, dass ihr einen starken Haarausfall habt. Das kann daran liegen, dass es ganz normal ist, im Jahr drei Monate lang am Stück einen starkeren Haarausfall zu haben. Deswegen beobachtet das ganz genau und kriegt nicht sofort Panik. Wenn es über die drei Monate hinausgeht, dann sollte man das untersuchen lassen und jemand Professionelles zu Rat ziehen. www.feyyaz.tv